Hallo Leute! Hallo! Ich habe etwas ganz Interessantes gefunden. Ich muss euch das mal zeigen. Das ist der Bunker der Versprengten. Ich weiß zwar nicht, wie ich diese Klippen aktivieren kann, es wäre ja toll, wenn ich sie als Sender des was ich sehe. Ein Wörterbird. Storik, oder? Und hier sind ein paar Typen. Ob sie jetzt rauer an sind? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch öfter solche Bunker-Anlagen. Das muss anscheinend die Kommandozentrale sein. Irgendjemand hat bestimmt auch die Zukunftscodes. Das ist schon heftig, gell? Hm. Verstehen Sie? Naja, irgendjemand hat bestimmte Zugangscodes, um die Herrschaft zu aktivieren. Und dann werden wir mal weiter sehen, gell? Also ihr findet diesen Bunker, ich zeig euch das mal. Hier oben. Da. Da ist er. Ne? Nichts Verknüpfung setzen. Gehen wir nicht heran. Seht ihr das? Bunker der Versprengten. In der Nähe von der Ranger-Station Foxtrot. Aber was ihr hier seht, das ist meine Karte, die ich aufgemacht hab. Das ist, äh, ich hab ein Level, ähm, freigeschaltet, ähm, die Karte ganz zu öffnen. Und das hab ich auch gemacht. Ihr seht, was ich noch machen muss. Oh, schon eine ganze Menge, gell? Oh. Kommt schon eine ganze Menge auf mich zu. Oder auf uns, wenn ihr mitmacht, wenn ihr auch nicht dabei seid. Oh ja, das machen wir morgen. So, viel dazu. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.